Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Skyline. Es geht weiter, zuletzt habe ich die U-Bahn gebaut. Ganz großen Stil, alle führen uns zum Hauptbahnhof. Und wir haben immer mal Probleme im Verkehr. Aber es geht langsam auf, naja, vorwärts kann man sagen. Unsere neue Rockenschaft, kleine Siedlung. Den können wir mal an kleine Polizei. Und eine Feuerwehr. Und Doktor soll sie auch haben. Das ist Arzt. Doktor ist hier vorne. Klein Landarzt. Hier gibt es auch einen Friedhof zu. Für die anderen halte Krematorium. Grundschule. Das wird zügig ein Wahnsinn. Kreisverkehr. Naja. Läuft so halbwegs. Aber den Kreuzung der Harpets. Irgendwo Harpets immer. Den werden wir umverlagern. Der ist hier nicht ideal gebaut. Den werden wir umverlegen. Da, wo man nicht so stört. Entweder da oben. Oder hier hinten. Koldes Halle Stadt. Lächste. Dann haben wir noch umverlagert. Und hier werden ein paar Autos weniger sein. Dafür knallen wir jetzt hier in Friedhof. So. Was heißt hier? Frachtpunktlagerplatz. Schauen wir mal. Da geht nachher vor nix. Zug. Gleise. Zug. Zuglinie. Bahnhof. Güterzugbahnhof. Ost. Post. Ein Postamt. Noch ein Postamt. Untertitelung. Untertitelung. Fort. China. Das wird wieder. Aber war war das. Das ist ein Auskremes как. Zentren hat. Das ist ein Auskremes. Das ist ein Auskremes. Ein bisschen mehr zur Stadt Tempelkomplex Vielen Dank. 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 Ja? Vielen Dank. Okay. 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 Okay.